Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Ich habe aus Versehen meine Tasse jetzt auf die Maus gelegt, deswegen jetzt eben... So, aber jetzt können wir hier eben weitermachen. Ich mache hier auch nochmal, Save Game. So, Sorcerer haben wir jetzt auch gekillt. Wir müssen jetzt aber nochmal zurück, den kompletten Weg. Weil wir unsere Taschen wieder leeren müssen. So, wo war denn der Weg? Ich glaube hier. Und bevor wir hier jetzt wieder... Ich bin hier komplett falsch, ne? Ja, ich bin hier komplett falsch. Ich musste hier rein. Genau. Und dann... Hier. Ja, das merke ich. Ist das der richtige Weg? Ja. Ist hier jemand hinter mir jetzt her, oder wie? So, dann einmal hier kurz Save Game. Und... So. Remove. Alles. So. Hier haben wir auch noch... ...en Talisman. Und die Dinger. Und noch mal. Wir müssen wirklich hier alles safen gerade. Weil ich weiß nicht warum, aber wir sind übelst geschwächt gerade. Und dann hier. Hier. Und... Hier ist irgendwo eine geheime Tür. Oder? Da vorne ist eine geheime Tür. Aha. Nochmal kurz ein Selt Game. Okay. Okay. Hier gibt es nichts. Ich habe aber auch keine Ahnung, was ich hier jetzt gerade machen muss. So, wo bin ich? Ah, okay. Wir sind wieder hier. Dann gehen wir mal da lang. Hier gibt es nichts. Ei, hier sind wir. Dann machen wir den hier erstmal platt. Alles mitnehmen. Autsch. Alles mitnehmen. Safe game. Und... Hier hinten. Alles mitnehmen. Safe game. So. Okay, geschafft. Hä? Da war was Neues, oder? Also, Iron Graves. Okay. Safe game. Wir gehen da lang. Oh, die Musik feier ich aber gerade auch. Okay. Hier sind irgendwo mehrere Leute. Safe game. Okay. Okay. Kampf magiert irgendwo gestorben. Aber wir müssen noch einmal zurück. Weil wir wieder so viel jetzt auf Tasche haben. Wir werden richtig viel Geld verdienen dieses Mal. Ach nö. Nein. Ich hasse das gerade. Ich hasse das gerade. Ich hasse das gerade richtig. So, jetzt haben wir die. Safe game. Und jetzt zurück. Jetzt schauen wir uns ganz genau den Weg an, den wir gehen müssen. Okay, es ist nur dieser eine Weg hier. Wo der Fleischratonach war. Ah, hier unten sind auch noch welche. Okay. Wo ging es zurück? Wo war das hier? Ich mache hier trotzdem mal ein Safe game. Ne, ich glaube, das war nicht der Weg. Sondern das hier. Ich glaube tatsächlich, dass das hier war. Ne, oder das da. Wahrscheinlich eher das hier. Äh. Okay, also hier wahrscheinlich doch nach oben. So. Einen ganz komplizierten Weg. Das war nicht der nach oben. Der hier war das. Hä? Der da. Und dann hier quasi so komisch durch. Und dann hier hin. Ja, okay. Dann können wir hier einmal alles remover. Alles, was wir haben. So. Safe game. Okay. Aber ich raffe jetzt nicht, wie wir die Tür aufmachen. Ach stimmt, den Weg hatten wir ja schon. Dann suchen wir uns hier mal einen anderen Weg. Einen neuen Weg. Hier war ja vorher den Weg. Dann gehen wir mal vielleicht diesen Weg. Dann machen wir hier auch nochmal. So. So, den haben wir jetzt. Ah, okay. Safe game. Wir haben eines dieser geheimen Tore hier aufgemacht. Beziehungsweise diese... Nicht Tore, sondern Zellen. Wer hat die Tür aufgemacht? So. Trotzdem, äh, das hier? Wo kommst du denn her? So, ich brauche irgendwie einen Hotkey für das Safe game. Hier ist nichts. Äh, nein. Volt. Außen nach Heck drücke ich immer das Falsche hier. Hier gibt's gar nichts. Dann gehen wir mal durch die Türen. Okay, hier ist nichts. Nochmal das hier. Und nochmal auf die Map klauen. Wenn hier nichts ist. Aber eine geheime Tür. Geheime Tür gefunden. Safe game. Das wird jetzt die ganze Zeit erstmal so laufen. Es tut mir leid, falls ihr was anderes sehen wollt. Aber wir gehen ja auch die ganze Zeit drauf. Ich weiß nicht. Ich brauche... Ich muss jetzt irgendwelche Unschuldigen töten. Warte mal. Deswegen gehen wir so schnell drauf. Wir sind auf vier Gesundheitspunkte runtergegangen, weil wir Unschuldige töten müssen jetzt erstmal. Also Werwolf. Okay. Das ergibt Sinn. Gut, dass wir hier jetzt gerade gespeichert haben. So, dann habe ich eine andere Idee, was wir erstmal machen. Wir suchen den Ausgang wieder. Wo geht es hier nochmal raus? Ganz komplett... Vielleicht sogar hier durch. Ich hoffe, dass wir hier irgendwie bis zum Ausgang kommen können. Oder eher weniger. Boah! Der hat mich jetzt erschrocken. Wir müssen jetzt erstmal wirklich los Unschuldige töten. Den ganzen Weg zurück. Dann ist mir das jetzt erstmal egal. Die Quest hier, wenn wir keine Unschuldigen töten. so scheiße das klingt, aber wir müssen jetzt wirklich einmal in die Zivilisation zurück als Werwolf dann Leute abmoksen. Ah, okay. Der Weg ist da lang. So, wir sind hier. Einmal kurz nochmal Save Game machen. Und solange wir keine Unschuldigen töten haben, sind wir so geschwächt, dass wir andauernd drauf gehen. Und da habt weder ihr noch ich glaube ich Bock drauf, dass ich die ganze Zeit hier laden muss, weil ich sterbe. Das war glaube ich falsch, der Weg. Okay, wie kommen wir wieder zurück? Ich glaube hier lang. Genau. Und dann so, den zweiten da hinten. Nicht der, sondern glaube ich oder? Doch, den hier genau. Wir kommen hier ein bisschen später wieder. Hier ist der Ausgang. So. Und dann schauen wir mal. Wir sind ja hier. I am. Wo genau sind wir? Oder hier irgendwo? Oder hier irgendwo? bin ich wirklich hier? Ähm. Bin ich wirklich hier? So. Was ist das Nächste? Ah, okay. Da bin ich, okay. So, was wäre denn die nächste Stadt? Ich bin hier. Okay, dahin wollen wir dann mal reisen. Oh, ich bin wieder aufgestiegen, nice. Das sind unsere Basiswerte. Okay, dann, da wir ja momentan Werwolf sind, machen wir erst mal das. Ne, nicht das hier. Komm, das brauchen wir aber auch ein bisschen. Und dann machen wir noch mal ein bisschen hier rein. Okay. Letters present on your hand, you spin to see who. Okay. Noch ein Brief. Uh. 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 So. Lothung, Castle Sentinel. Views. Ah, okay. So, machen wir erst mal so. Dann schauen wir mal, wo die Menschen sind. Beziehungsweise machen wir es so. Hier sind wieder Menschen. Und jetzt müssen wir das hier machen. Das ist auch Null. Das ist auch Null. Warte mal. Wenn ich jetzt Null drücke. Ist was passiert? Nö. Okay, schade. So, dann machen wir. Kann ich das irgendwie? Äh. Select-Icon. Ähm. Also das, Match-Based. Morph-Self. So. 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 Okay. Wir haben jetzt noch eine Winkel gehabt. Eine haben wir erledigt. Das mussten wir jetzt machen. Sind noch Leute da? Da waren noch welche? Okay. Und jetzt? Jetzt sind keine Leute mehr da. Hat das jetzt aber gereicht, was ich gemacht habe? Ich weiß es nicht, ähm... Nein. So, Spellbook machen wir nochmal so. So, wir müssen jetzt gleich wieder Leute kommen. Da sind wieder welche. So, und jetzt nochmal Spellbook. Can only be cast once per day. Aber... Ah, okay. Ich bin wieder hier bei 104. Gut, dann können wir wieder... Ähm... Wo war denn das? Das war ja... So, IM. Und dann war das, glaube ich... Mountains, Fondledge, ne? Newmark... Longwell... Sheddingent. So, dann können wir jetzt wieder da hin. So, also ich muss jetzt wieder alles... Äquipten hier. Das hier. Und das hier. Ähm... Und das kann ich alles dann... Hier reinpacken. Wo war nochmal hier der... Da war der Eingang. Ist hier noch alles so wie wir... Hat sich ein bisschen verändert hier? Äh... Was ist denn das? Äh... Äh... Okay, ein Eisatronas. So. Aber wir sind wieder da. Finde ich gut. So. Aber wir sind wieder da. Finde ich gut. So. Dann schauen wir mal. Okay. Also Bärwold. Ich kann mich damit... Äh... Ich würde damit klarkommen. So. Hin und wieder mal ein paar Unschuldige erledigen. Wäre kein Problem. Dann gehen wir mal hier hin. Da ist der nächste. Und kaputt gemacht. So. Und hier auch noch. Und hier nochmal rein. Ich finde es jetzt doof, dass wir jetzt alles nochmal von neu erkunden müssen. Aber... Naja. Die... Äh... Probleme eines Werbeholds halt. Jetzt sind wir auf der Seite. Okay. 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 Der hat uns... Zu sich gezogen. Okay. Jetzt müssen wir aber... Den Weg... Hierhin wiederfinden. Ich gehe von aus, dass hierhin geht. Zurück. Oder? Hier waren wir. Das war der. Oder? Nee. vielleicht hier den habe ich jetzt nicht erwartet aber wir gehen trotzdem noch mal hier lang dann schauen wir hier noch mal dann müsse das das hier sein ja das ist der weg können wir eben alles wieder einlager wir haben aber auch jetzt richtig viel auf dem wagen jetzt bin ich gespannt wie viel wir dafür alles jetzt kriegen werden hier können wir aber immer noch nicht rein was müssen wir machen wenn wir da rein können ich glaube das ist der falsche weg hier waren wir schon ich glaube hier müssen wir hin genau das kommt mir hier richtig vor so zombie an den hier was hat er da jetzt gehabt was sind das leunen klopfen ok ich habe keine ahnung was das macht aber es ist quasi eine art unterwäsche oder sowas ich glaube das ist eine unterwäsche so geradeaus waren wir noch nicht wohl hier auch noch nicht so gib mir deine items das waren wir auch schon überall jetzt fehlt nur der weg so noch ein hebel so noch ein hebel es ist natürlich auch nicht ein kaltes und da wären wir alles remogen hier den buckler können wir reinpacken okay wir haben quasi eine hose umgetauscht machen wir hier aber auch noch mal safe geht nein nicht hier drauf hier drauf können wir jetzt das eigentlich auch machen nicht hier rum darum so das grau ist alles verblasst weil da waren wir jetzt gerade quasi nicht noch einmal gehen wir mal hier rum so wo kommen wir da jetzt an gibt es hier noch etwas anderes in dem bereich außer das wo wir waren sonst gehen wir noch mal zurück da waren wir ja überall schon doch hier waren wir noch gar nicht da unten also doch gehen wir mal hier weiter beziehungsweise war hier nicht noch irgendwo eine geheime tür hier ging es auch noch weiter ach so wir sind wieder in dem bereich dann gehen wir da ran wo waren die tür genau hier war die irgendwo und ich gehe runter so komm wir gehen immer geradeaus weil wir es noch gar nicht gemacht hatten so seine sachen gehören mir und auch seine sachen die schnappen uns auch noch die robert die hier alles haben und interessanten stuff okay wo geht es komplett neuen gebiet hier oder jemand davon aber den bereich haben wir noch gar nicht erkundet vollständig jetzt bin ich gespannt was es hier gibt es hier geht es auch hier geht es auch noch komplett neu weiter okay ein kompletter abschnitt der ganz ganz neu ist und hier ist eine geheimtür das sieht man doch wo kommst du näher wo kommst du näher so äh so den anderen so okay wieder ein komplett neues gebiet wir müssen jetzt trotzdem noch einmal wieder zurück zum ausgang unsere taschen leeren wenn ich den ausgang finde ich glaube hier war das oder was hier wir gehen mal diesen weg hat sich voll gelohnt und hier nochmal okay hier gibt es nichts können wir die sachen noch mitnehmen von der ja das nächste wahrscheinlich eher weniger okay geradeaus durch dann kommen wir hier wieder genau so und hier runter und wieder alles removen das gute alte remove biel und hier was haben wir sonst noch ein unnötiges auf taschenbegrabe so die frage ist wollen wir jetzt mal diesen weg wieder riskieren komm komm machen wir sogar das ab ich bin wieder erschrocken alter ab 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 okay wir müssen jetzt noch einmal hier in die resten ab 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 für ab hier ab bei lesen ab damit wieder hier. So, dann können wir die jetzt looten. Wieso geht der jetzt auch nicht? Da sind noch genug andere. Aua. Okay, ganz schnell vielleicht das hier machen. So, auch noch looten. So. Und dann jetzt... Ah, jetzt haben wir keinen Platz mehr. Okay, gehen wir jetzt nochmal zurück. Wo geht's nochmal zurück? Genau, hier jetzt. So, da rein. Und den ganzen Loot wieder absetzen. So, removen. Und das alles auch noch removen. Ey, ich glaube, das ist jetzt das erste Mal, wo wir das wahrscheinlich voll haben werden. Hier nochmal das machen. Okay, wer ist denn da? Du da, hä? Können wir das direkt hier wieder... Removen. So, und... Noch einmal Rest. So. Aber wie komme ich jetzt eigentlich durch diese eine Tür durch? Okay, warte. Den wir kennen... Boah. Erschreckt die mich jetzt. Aber das kennen wir doch hier. Genau, hier kommen wir wieder in dieses Gebiet. Ja, wir sind wieder hier. Alles mitnehmen. Ich glaube, wir brauchen einen größeren Wagen bald. Ich glaube, da unten waren wir noch nicht ganz zu Ende. Ah, doch. Hier waren wir. Was passiert, wenn wir jetzt nochmal da drauf gehen? Passiert nichts. Okay. Okay. Aber hier war sonst gar nichts mehr. Okay, dann gehen wir wieder hoch. So. Was wollten wir hier machen? Hier nichts. Wir wollten da durch. Und schauen, was hier passiert. Was? Na, könnte sein, dass wir vielleicht hier jetzt... Ah, das ist die andere Seite. Die sind da gefangen und da können wir nicht viel machen. Es sei denn, die kommen jetzt hier gleich raus. Boah. Okay, den haben wir jetzt gekillt. Ah, okay. Wir sind im Kreis gelaufen. So, wir können aber wieder unsere Sachen da einlagern. Das ist jetzt nur ein Dauerspiel hier hinzugehen. Gleich können wir nichts mehr einlagern hier. Ich sehe schon, komm. Ich glaube, vielleicht müssen wir wirklich hier lang und dort irgendwas machen. War das das? Ja. Ich glaube wirklich, dass es der Weg ist, den wir gehen müssen. Hier waren wir noch gar nicht. So, den haben wir. So, den haben wir auch noch. Nice. Geil. Auch noch schnell erledigt. Und hier noch einen kleinen Schatz gefunden. Okay. Hier geht es für uns wegen dem Käfig da auch nicht mehr weiter. Da waren wir. Dann gehen wir hier mal weiter. Ich glaube, dieser Dungeon wird etwas sein, womit wir etwas länger beschäftigt sein werden. Ja. Genau. Da haben wir wieder einen Untoten. Autsch. Okay, wir müssen wieder kurz resten. So. Okay. Keine Gegner. Okay. Okay. Den haben wir auch noch erledigt. Der hat nichts. Ah, okay. Wir können nicht mehr alles mitnehmen. Okay. 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 Jetzt ist nur die Frage, wo müssen wir hin? Ach, da oben sind welche. Warum kommen die nicht runter? Hier geht es auch noch weiter. Hier geht es auch noch weiter. Okay. Hier lang. Ne, doch nicht. Aber okay. Gut zu wissen, dass das jetzt der Bereich hier von unten ist. Jetzt. Aber mittlerweile weiß ich auch gar nicht mehr, was ich machen muss hier. So, dann jetzt nochmal wahrscheinlich hier lang, oder? Geradeaus durch, genau. Hier geht es auch noch weiter. Oh. Genau, hier haben wir wieder einen komplett neuen Bereich. Würde ich sagen, hier nochmal. Und dann würde ich sagen, ab hier mache ich eine kleine Aufnahmepause und in der nächsten Folge machen wir hier weiter. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao. Ich bin's, euer Max Deus und ciao. Ich bin's, euer Max Deus und ciao. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.